Womit soll ich mich dem Helle nahen? Mich beugen vor den Hohengott, soll ich mich ihm mit Brandtop vernahen und mit einjährigen Kälber? Wird wohl der Herr gefallen haben an zehntausend Wiedern, an unzähligen Strömen von dem? Womit soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben? Für meine Sünde, es ist dir gesagt Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Womit soll ich mich dem Helle nahen? Mich beugen vor den Hohengott, soll ich mich ihm mit Brandtop vernahen und mit einjährigen Kälber? Wird wohl der Herr gefallen haben an zehntausend Wiedern, an unzähligen Strömen von dem? Womit soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben? Womit soll ich mich mitgenommen? Es ist der Gesang, Mensch, was blutet und was der Herr von dir vordert. Nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Amen.